Willkommen zurück zum Einsteiger-Tutorial. Nachdem wir jetzt wissen, wie installieren wir Software aus den Packages, wie installieren wir Software aus den Ports, wie managen wir die auch ein bisschen komfortabler, beispielsweise mit Portmaster, und nachdem wir erfahren haben, es gibt auch noch Port-Upgrade und Podillier, kann es ja passieren, dass ihr euch irgendwelche Sourcen von irgendwelchen Projekten herunterladen möchtet, die ihr selbst kompilieren und installieren möchtet, die beispielsweise eben nicht in den Ports sind und nicht in den Packages drin sind. Das ist eigentlich gar kein Thema mehr für so ein Einsteiger-Tutorial, aber ich möchte es einmal ganz kurz zeigen, dass das letztlich auf FreeBSD ganz genauso funktioniert, wie auch auf Linux und anderen Unix-Oiden-Systemen, nämlich mit dem üblichen Dreisatz, der so in etwa aussehen kann, configure, make und make install. Die, die das kennen, wissen, was da passiert. Bei configure wird halt anhand von Parametern oder Standard-Parametern das Make-File erstellt. Bei make wird die Software kompiliert und bei make install wird sie danach installiert. Um das mal zu veranschaulichen, habe ich schon etwas vorbereitet, und zwar gibt es Wix.json hier an der Stelle, aber das gilt jetzt auch für jedes andere Paket. Das funktioniert in der Regel fast immer gleich, weil man sich da an bestimmte Konventionen hält, nicht immer, aber meistens. Und ich zeige das jetzt mal am Beispiel von Wix.json. So, also ihr ladet normalerweise euer Archiv runter, das ist zumeist irgendein gepacktes TAR-Archiv, zum Beispiel TAR-GZ, TAR-BZ2 oder sonst was, kann aber natürlich auch ein ZIP sein oder sonst was. Dann empackt ihr das, in der Hoffnung meistens, dass der, der es gepackt hat, das auch so gepackt hat, dass da ein Verzeichnis draus entsteht. Bei Wix.json weiß ich jetzt in dem Fall, dass da kein Verzeichnis erstellt wird, deswegen machen wir das hier noch einmal extra, schieben das einfach mal dahin, empacken das und sehen dann hier die verschiedenen Dateien. Wir könnten jetzt hier Configure tatsächlich aufrufen und make und make install. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit tatsächlich, dass Configure verschiedene Parameter übernehmen kann. Wenn ihr einfach mal, und das gilt für wirklich viele Softwarepakete, Configure--help eingebt, dann seht ihr hier etliche Sachen. Ich schmeiß das mal hier in einen Pager rein. Etliche Dinge, die ihr da noch mit angeben könnt. Und in der Regel, wenn ihr das so einfach mal durchkonfiguriert, dann wird die Software an die Standardstellen später bei make install installiert. Das heißt, die Main-Pages beispielsweise liegen im richtigen Verzeichnis, die Binarys liegen wieder unter beispielsweise User-Local-Bin und so weiter und so fort. Ja, Konfigurationen könnten unter User-Local-ETC liegen und so weiter. Das ist auch alles super und richtig und folgt den Konventionen des Unix-Oiden-Systems, ist aber mitunter problematisch, wenn ihr das Paket oder die Software wieder deinstallieren wollt und das Archiv bringt keine Uninstall-Methode mit. Deswegen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich installiere Fremdsoftware gerne in mein separates Verzeichnis, indem ich hier beispielsweise den Prefix angebe. Das würde bedeuten, dass beim make install nachher die Software nach User-Local-Wix.json installiert wird. Ich lasse das mal durchlaufen. So, jetzt sehen wir jetzt, das Configure ist durchgelaufen. Wir sehen, es gibt ein make-File. Und wenn ich jetzt einfach mal make-j4 angebe, also dass der vier Threads gleichzeitig startet, dann wird das auch kompiliert. Und wenn ich dann ein make install angebe oder eingebe, dann sehen wir auch, dass das unter User-Local installiert worden ist, und zwar hier in Wix.json. Wenn wir uns das dann einfach mal angucken, dann sehen wir hier verschiedene Verzeichnisse. Da sind Header-Dateien drin. Unter lib gibt es dann die Libraries. Und damit ist das dann installiert schon. Jetzt bietet dieses System aber, wenn man es beispielsweise jetzt in den Start-Daten installiert, zum Glück auch eine Uninstall-Methode. Und so wird es dann wieder gelöscht werden. Es löscht allerdings jetzt tatsächlich nur die Dateien bei diesem Prefix. Wenn wir uns das dann hier nochmal angucken, dann sehen wir, das gibt es noch. Den Rest müsste man dann einmal tatsächlich per Hand löschen. Wenn ihr das jetzt natürlich in die Standard-Pfade installiert hättet, dann würden die Dateien alle korrekt gelöscht werden. Müsst ihr natürlich mit aufpassen, dass sich das nicht mit anderen Software-Paketen überschneidet. Diese Uninstall-Methode hier, die ist natürlich relativ dumm und löscht einfach nur die Dateien weg. Wenn die natürlich noch von anderen Dingen gebraucht werden oder von anderen Dingen da auch hinkopiert wurden und da Überschneidungen sind, dann kann euch das natürlich ziemlich schnell übel zuspielen und dann funktioniert mitunter euer System nicht mehr oder nicht mehr richtig. Aber so einfach installiert man dann diese Software. Man kann es einfach kompilieren. Compiler, Standard-Libraries und sowas sind alles mit beim FreeBSD sowieso dabei. Also ihr habt von vornherein einen Standard-Compiler mit dabei. Wenn ich das einmal kurz hier machen kann oder machen soll. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel NC programmieren wollt, an VRM ist nicht drauf, oder beispielsweise in C++, dann könntet ihr hier beispielsweise einfach direkt loslegen. Ich muss hier gucken, wo die Sachen sind auf meinem Mac. Machen wir es mal ganz einfach und dann könntet ihr das auch schon kompilieren. Ups, ich habe jetzt den falschen Compiler genommen. Und dann seht ihr, das funktioniert auch. Also ihr habt schon Standard-Compiler auf jeden Fall mal für C und C++ drauf. Ihr habt gewisse Bibliotheken drauf. Das heißt, ihr habt auch Make schon drauf. Sieht man hier. Ihr könnt also direkt schon mit Software-Installationen und Kompilationen loslegen, ohne dass ihr noch irgendwas extra installieren müsst. In den Packages habt ihr natürlich noch etliches an verschiedenen anderen Compilern, unter anderem auch die GNU Compiler Collection in den unterschiedlichsten Versionen, andere Compiler, Ada, Free Pascal, Python, alles Mögliche. Das könnt ihr alles benutzen. Müsst ihr vorher halt nur installieren. Aber so einfach könnt ihr mit dem Dreisatz eure Software kompilieren und installieren. Das war es erstmal für dieses Video. Ich danke fürs Zugucken und sage mal bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.